Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA ist ein Zusammenschluss von heute 20 Mitgliedstaaten und hat mit der Schweiz einen starken Verbündeten. 7.300 Kilometer östlich von Kuro in Bern liegt die Schaltzentrale der Schweizer Raumfahrtbehörde, der SSO, das Swiss Space Office. Die Ruag Space baut in Zürich und Emmen Nutzlastverkleidungen für verschiedene Trägerraketen. Der Bau einer Nutzlastverkleidung dauert bis hin zur Endmontage vor Ort rund ein Jahr und verlangt höchste Präzision im Grossformat. Eine riesige Herausforderung. Ich schaue es manchmal so an, aus meiner 20-Jährigen Erfahrung, dass wir eigentlich Uhrenmacherei machen, aber mit Strukturen, die 5,5 Meter Durchmesser haben und bis über 25, 26 Meter lang sind, je nach Version. Neben Politik und Industrie braucht es einen dritten wichtigen Pfeiler für eine erfolgreiche Raumfahrt, die Schweizer Universitäten. Ich glaube, wir haben in der Schweiz eine einmalige Forschungslandschaft, wo wir sehr viele Kompetenzen auf sehr engem Raum zusammen haben. Eines der Spezialgebiete des Geografischen Instituts der Universität Zürich ist die Fernerkundung und die Spektroskopie, also die Messung von Strahlung mit sehr hoher Auflösung. Unter dem Lead der Uni Zürich haben wir ein Spektrometer gebaut, das in einem Flugzeug betrieben wird. Der nächste Schritt wäre, dass wir sagen, wir würden gerne so ein Instrument auf einem Satellit fliegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017